Was antwortete Jesus einem Jünger, der zu ihm sagte, Herr, lass mich zuerst weggehen und meinen Vater begraben? Antwort Folge mir nach, lass die Toten ihre Toten begraben. Konsequenz der Nachfolge Als Jesus die Menge sah, die um ihn war, befahl er, ans andere Ufer zu fahren. Da kam ein Schriftgelehrter zu ihm und sagte, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels nester, der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ein anderer aber, einer seiner Jünger, sagte zu ihm, Herr, lass mich zuerst weggehen und meinen Vater begraben. Jesus erwiderte, folge mir nach, lass die Toten ihre Toten begraben.